Sie möchten solche Ergebnisse erzielen? Oder solche? Das können Sie jetzt und mit viel weniger Aufwand, als Sie erwarten würden. Mit dem Finlow BioForce. Als einziges Heimfitnessgerät der Welt verfügt das Finlow BioForce über die Total Nitro Cell Technology und den Schiebeverschlussmechanismus, um blitzschnelle Übungswechsel und damit maximale Ergebnisse zu erzielen. Finlow BioForce mit dem kompletten TNT-Trainingsprogramm von Profitrainer Eric Ligter. Finlow BioForce. Wir besuchen das renommierte La Costa Wellness Zentrum in Kalifornien. Hier trifft sich Eric mit einem Dreamteam von Berufsathleten. Profi-Centerfielder Grady Sizemore, Weltklasse-Triathletin Lokelani McMichael, Spielanalytiker und Basketballstar Kenny Smith, US-Profi-Fußballerin Heather Mitz, Profi-Torwart Mike Poitier, Leichtathletin Caroline Pierce und Hockeylegende Pat Verbeek, um die unglaubliche Vielseitigkeit und außergewöhnlich hohe Effektivität des Finlow BioForce zu demonstrieren. Die ultimative, vollintegrierte Heimtrainingsstation für jeden, der optimale Ergebnisse erzielen möchte. BioForce. Alles klar. Dann los geht's. TNT steht für Total Nitro Cell Technology. Dieses phänomenale System sorgt für einen gleichmäßigen Trainingswiderstand über den gesamten Bewegungsablauf. Muskeln werden von Anfang bis Ende effektiv belastet. Viele Leute vergeuden ihre Zeit mit der Vorbereitung eines Workouts statt zu trainieren. Stimmt. Mit Zeit kennen sie sich aus, Kenny, oder? Von uns allen haben sie wohl am wenigsten. Wer wenig Zeit hat, will sie nicht damit vergeuden, ein Gerät zu holen, mühsam aufzubauen, wieder zu verstauen. Und mit dem BioForce Schiebeverschlussmechanismus geht die Widerstandsverstellung unglaublich schnell von der Hand. Heather, probieren Sie mal. Okay, ich zeige jetzt, wie leicht es ist. Verschieben und einrasten. Von 30 auf 10 Kilo. Einfach so. Wenn Sie bei einer Übungseinheit merken, dass das Gewicht zu hoch oder zu niedrig ist, einfach anheben, verschieben, einrasten. Das Workout wird nicht unterbrochen. Sie bleiben drin und erzielen so maximale Ergebnisse. Das haben auch diese Frauen und Männer aus erster Hand erfahren, als sie sich der BioForce Challenge an Erics Trainingszentrum stellten. Wir sprachen mit einigen von ihnen. Ich bin 34 Jahre alt und ich bin ein Experte im Bauch einziehen. Und das will ich loswerden. Das Finlow BioForce ist sehr effektiv. Ich finde es bis jetzt das beste Trainingsgerät, mit dem ich je gearbeitet habe. Wie es läuft? Es läuft großartig. Sieht man es nicht? Hier sieht man es deutlich. Meine Taille ist schmaler. Ich baue Muskelmasse auf. Inzwischen sieht man meine Wangenknochen wieder. Früher waren das so feiche Polster. Inzwischen ist es... Au, das tut weh. Vor acht Wochen hatte ich weniger Selbstvertrauen. Ich wog ungefähr zehn Kilo mehr und hatte weniger Muskelmasse. Und jetzt schäme ich mich nicht mehr, mein T-Shirt in der Öffentlichkeit auszuziehen. Wow, ich hab's geschafft. Ich hab sogar mehr geschafft, als ich mir vorgenommen hatte. Sie wollen ernst machen? Stark werden? Schlank werden? Ergebnisse erzielen. Entscheiden Sie sich für die Finlow BioForce Trainingsstation mit dem TNT-System. TNT für einen gleichmäßigen Widerstand über den gesamten Bewegungsablauf. Schiebe Verschluss Widerstandsverstellung zwischen 2,5 und 100 Kilo in Sekunden, ohne aufzustehen. So schnell, so einfach. Es kommt noch besser. Das Umstellen ist ein Kinderspiel. Der Wechsel zwischen Übungen geht mühelos. Workouts sind einfacher, schneller. Vielfach verstellbare Armeinstellungen, variabler Beinstrecker und zweifach höhenverstellbarer Sitz. Das Finlow BioForce kann jeder spielend leicht transportieren und es beansprucht weniger Platz als ein Laufband. Und das allerbeste? Sie erhalten Eric Ligtas komplettes TNT-Trainingsprogramm mit speziell für Männer und Frauen abgestimmten Übungen. Jungs, war Sprettbauch gefällig? Eric's Trainingsposter zeigt Ihnen, wie Sie mit Pyramidensätzen, Supersätzen und Dropsätzen starke Muskeln aufbauen können. Und Frauen zeigt er, wie Sie eine schlanke, sexy Figur bekommen. Einfach Eric's Long & Lean Trainingsplan befolgen mit denselben fließenden, körperformenden Übungen, die diesen Frauen zu Figuren verhalfen, von denen Sie immer geträumt hatten. Profisportler geben Tausende aus, um Eric's Geheimnisse zu erfahren. Sie bekommen sie ohne zusätzliche Kosten. Egal ob Sie Anfänger sind, Profitrainer oder irgendwo dazwischen. Mit der BioForce und meinem TNT-System können Sie Ihren Nobody in Topform bringen. Die TNT-Technology des BioForce sorgt für einen gleichmäßigen Widerstand über den gesamten Bewegungsablauf. Für effektive Muskelbelastung von Anfang bis Ende. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Trainingsgeräten können Sie mit dem Finlow BioForce Ihre Workouts maximieren. Statt mit Rollen und Stangen zu hantieren, verbringen Sie Ihre Zeit damit, stärker zu werden. Alles, was Sie für den Erfolg benötigen, ist im Lieferumfang enthalten. Die BioForce mit 100 Kilo Gewichtswiderstand, Beinstricker, Lattstation und Eric's komplettes TNT-Trainingsprogramm. Alles inklusive und für den Bruchteil der Kosten herkömmlicher Trainingsstationen. Bereit, die Ergebnisse zu erzielen, die Sie verdienen? Zeigen Sie mir einen tollen Athleten und ich zeige Ihnen einen tollen Waschbrettbauch. Und wie Sie sehen, liefert Caroline den Beweis dafür. Danke. Okay, das machen Sie gut. Machen Sie so weiter. Sie haben gesagt, Sie möchten die seitlichen Bauchmuskeln gezielt trainieren. Dazu machen wir mit dem BioForce seitliche Crunches in beiden Richtungen. Spüren Sie das? Ja, das spüre ich. Ja, genau so. Und eine Drehung zur anderen Seite. Mit dem BioForce zwei Übungen, also normale Crunches und Crunches mit Drehung und schon haben Sie es abgedeckt. Ich hatte einige gesundheitliche Probleme, die mich davon abhielten, in Form zu bleiben. Jetzt bin ich am Ende der Therapie und werde demnächst wieder ganz fit sein. Ich möchte wieder ein Bikini tragen können. Seit ich mit dem Trainingsprogramm begonnen habe, merke ich eine Riesenverbesserung. Nicht nur darin, wie ich mich fühle, sondern auch wie ich aussehe. Im Job haben mich einige Kollegen angesprochen und gesagt, dass ihnen aufgefallen ist, dass mein Gesicht schmaler geworden ist. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich fantastisch, energiegeladen. Ich kann mit meinen beiden Enkelkindern viel besser mithalten. Ich kann meinen sieben Monate alten Enkel in die Luft hochwerfen und fangen. Das Finlow BioForce hat mir geholfen zu begreifen, dass ich das wieder tun kann. Ich kann wieder ich sein. Ich kann vieles machen, was ich vorher nicht konnte. Jetzt mit dem BioForce von Finlow ist das möglich. Der Beweis steht vor ihnen. Ich bin 47 Jahre alt und habe meinen Brustkrebs besiegt. Das Finlow BioForce hat es mir ermöglicht, Gewicht zu verlieren und mich wieder großartig zu fühlen. Im Badeanzug sehen Muskeln viel besser aus als Fett. Und das erreichen Sie mit dem Finlow BioForce und meinem TNT-Programm. Es enthält Herz-Kreislauf-Training, Krafttraining und Tipps für die richtige Ernährung. Ich werde bald 40 und ich möchte schlanker und sportlicher werden, wieder Muskeln haben und im Badeanzug gut aussehen. Die Erfahrungen, die ich bisher mit dem Programm gemacht habe, sind Ergebnisse. Ergebnisse überall. Ich habe am ganzen Körper abgenommen. Gestern habe ich eine Jeans angezogen, in die ich vor wenigen Monaten gar nicht reinkam. Mir geht es wirklich prima. Ich habe mehr Selbstvertrauen in allem, was ich mache. Ich fühle mich, naja, sexy ist das Wort, schätze ich. Die Ergebnisse, die ich erzielt habe, sind atemberaubend. Vorher hatte ich Größe 38, jetzt Größe 34. Neulich war ich zum Abendessen eingeladen von einem Freund, den ich seit 12 Jahren kenne. Er hatte mich eine Zeit lang nicht gesehen und er sagte, Rebecca, du siehst fabelhaft aus. Ich fühle mich einfach wie neu geboren. Was ich an der Arbeit hier bei La Costa liebe, ist, dass alle dieselben Ziele haben. Sie möchten sich gut fühlen und sie wollen gut aussehen. Ich bin seit 14 Jahren Personal Trainer und seit etwa 7,5 Jahren hier bei La Costa. Wir haben hier ungefähr 20, 30 Trainingsgeräte, die wir für die verschiedenen Muskelgruppen verwenden. Das Finlow Bioforce vereint die Merkmale all dieser Geräte in einer Station. Statt im Fitnessstudio auf Geräte warten zu müssen, kann man alle Übungen an einer Station absolvieren. Der Schiebelverschlussmechanismus des Bioforce ist toll, weil man das Gewicht beim Übungswechsel ganz leicht verändern kann. Wenn ich eine Trizepsübung mache, zwischendurch Bizeps machen will, dann wieder Trizeps, brauche ich mich nur umzudrehen und das Gewicht zu verändern. Ich bin seit 13 Jahren Personal Trainer, unterrichte Yoga seit 8, Pilates seit 3 Jahren und habe noch nie ein so vielseitiges Gerät gesehen wie die Bioforce. Chefkoch zu sein ist sehr hart, weil man ständig von leckeren Sachen umgeben ist, die man einfach so probieren kann. Das Finlow Bioforce ist ein tolles Gerät für den ganzen Körper. Man kann seine Beine trainieren, die Arme trainieren, den Rücken trainieren, die Trizepse trainieren. Alles an einem Gerät in nur einer halben Stunde. Mein ganzer Körper fängt an sich zu verwandeln. Ich werde meinen Hüftspeck und das Fett los und beginne Muskeln und eine bessere Form zu bekommen. Mit Bizeps Curls kriegt man die Girls. Ich habe schon 7 Kilo abgenommen. Ich fühle meine Muskeln wachsen. Ich habe auf einmal viel mehr Energie als vorher. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich Bauchmuskeln. Ich sehe definierte Muskeln. Ich sehe die Veränderungen, die durch dieses Programm geschehen. Und ich verdiene es. Ich will, dass andere Leute genau so glücklich werden. Acht Wochen später. Sehen Sie sich das an! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.